Egal wie der hieß jetzt, da muss jetzt drauf klar, und zwar, warte mal einen Moment, das brauche ich jetzt nicht. Was ich brauche, wäre unter Umständen gegifte bisschen was, und dann schon nicht da. Was ist denn eigentlich das, da wo habe ich ein Dessert? Ein Tango-Fischer, geladenes Brotter, entfesselt einen Wirbelwind, der im Wirbel gefangenen Feinde zum Umdrehens ging. Was? Ach bam, brauche ich nicht. Wüsste ich gar nicht, was ich damit mache. Langfunke. Das habe ich ja eigentlich ausgerüstet. Ah, das da. Sabimaru brauche ich jetzt nicht. Das weiß ich gar nicht, ob ich das brauche. Aber warum nicht, wir könnten ja mal probieren, ob der gegen Feuer, habe ich was? Öl, Öl, wo ist Öl? Wo ist ein Öl? Öl habe ich, oder? Ja. So eine Rotmull. So, ja. Hier ist er jetzt wieder Schlangenauge, ist schon wieder so ein Schlangenauge, ja. Der letzte war schon nicht Elfer. Also, pass auf, hier sind die beiden. Ja, das hat ich gesehen jetzt. Hopp, setz dich. Hopp, nimm. Das gibt es doch nicht. Ach Scheiße. Ach gut, das habe ich falsch aufgenommen. Wo ist denn der jetzt, der Arna? Ja, jetzt kommt der Arna hin, den wollte ich ja eigentlich. nicht. Wenn es aber gar nicht klappt, dann klappt es ja gar nicht. Jetzt geht mir die Kürbisflasche flöten. Dann komm zurück. Stell dich mal da in die Eck wieder. Da liegt der Arna. Das holen wir uns später. Eventuell. Da ist er. Dann holen wir uns jetzt mit Endbarger, also Endhut schlagen wir runter. Mal klicken. Langschau. Die Arna, wenn wir hier in dem Gebiet bleiben, bemerken die du. Hör auf. Komm rüber. Bisschen durchher. Bisschen näher. Die sind schon wieder wach. Hör auf zu schießen. Komm. Schira. Schira H. G. hieß der. Ach du Scheiße. Wie hört er auch nach Käse? Jo. Sind die, wenn ich uns jetzt wieder... Wir haben mal Schira Mutschi, oder was? Wir nennen es Mutschi. Futschi. Futschi hießen die. Futschi. 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 weg hier es wird schon wieder eng ach du scheiße wo stehst du auch scheiße freunde kommen hat es nicht pari jahre oder ja 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 was trinke naja das war jetzt nicht schön, das gebe ich ja auch zu, aber momentan hier läuft gar nichts durch ach du schalte kriegst du nicht mal was von dem jetzt habe ich noch so eine kürbusflasche und das habe ich gar nicht genutzt ok aber der kommt hoffentlich nicht wieder jetzt haben wir das item noch und die type die beiden die dreien oder die vier und langsam erst nach der überstehen das sind glaube ich auch zwei gegen mittel mal rein ich will nicht ob der dich gleich sieht ich bin nicht geduckt den hole ich mir jetzt da langsam immer langsam ich muss jetzt gucken ob der wir geschnitten das hat der letzte ist oder ob da noch einer war da noch ja 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 ach da liegt auch noch was so moment vorsicht ach da oben liegt ja auch noch äh äh ist ist hier noch einer ist hier noch jemand ich traue nicht ich traue nicht ich traue nicht da bin ich her gekommen denke ich aha tun wir da ja aber da waren wir ja das item immer cool gut aber das 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 gelbe schießpulver bevor das puder verschwindet auch schwerer geldbeutel auch nicht schlecht oder nun müsste man eigentlich gucken dass man oder nicht hochkommt irgendwie oder von hier ausschauen sieht so aus als wenn das nicht ging dann können wir mal da weil jetzt schon wieder so ein bus rumlungern aus herum einfach mal oder naja das geht jetzt habe ich gelesen die ps5 kommt erst ende 2020 ach du scheiße weiß ich gar nicht ob ich da noch wir sind doch falsch konnte es sein aber liegt auch was ist der leer noch affenschnaps alkohol der alkohol ok der durch stau der sich in einem hohen baum sammeln entsteht früchte die von affen in baumhüllen versteckt werden können fermentieren und mit etwas glück zu sagen werden das ist was für die schmiede gut und jetzt jetzt sind wir gar nicht da wo man ein geschiebten doch andere lösung geben wir noch ok halt langsam nicht so viel und schon habe ich nicht vergessen gelbe schießpulver ok klatschkopf aktuell besitzt der wolf 2 von den peter ja da hinten ist auch noch mal ein eingang oder ausgang ach ja da habe ich probiert hochzukommen das hat nicht funktioniert irgendwie aber hier schauen wir mal alles das ist du schrauben oder das sieht fast so aus gut und wie kommen wir jetzt da wieder hin hupf ein hepp da geht es ja nicht hoch noch weiter ja gut auch gut auch gut dann wenn ich aber du ich könnte sagen dass wir wirklich wenn ich aber da unten bin dann sieht es für mich so aus wie wenn ich hier nicht mehr hochkomme gut warte doch hm leere Höhle ne 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 was wo sind wir jetzt wieder du, das ist ein Pilz, oder? ein Holzpilz also das, und jetzt kein Sinn das ist zwar nicht das war nicht gut, aber ist egal das ist jetzt sinnlos da oben sind wir runtergesprungen ok seltsame, seltsame Höhle ja gut, Höhle sind halt auch manchmal seltsam was ist denn das? ach du scheiße, Blut wow ach du, was ist das? mit Blut zeige ich ihn dann los, oder was? ah hm ich sag bloß, ich bin dann auß herum gelaufen ach jo ach du scheiße, ja ich bin einfach da auß herum gelaufen einfach so, jetzt hier ist nichts hm das ist aber ein Erzählsaum jetzt guck mal da unten durch genau und da auch aha 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 guck mal von guck mal von doofenleicht und über ne 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 das ist mehr köpten vielleicht wenn wir es richtig machen ach so ach so aha jetzt sind wir wieder da so servierend jetzt jetzt geh ich doch nochmal da ne lieber ähm fuh vielleicht doch wo naja das scheint nicht möglich zu sein ja irgendwie entlanghang hier auch nicht hart hm hm oder oder irgendein oder Ausgang irgendeiner hm naja hm naja früher raus ja vielleicht ist ja nur einfach aber ne das ist so ist nix vielleicht rundweg brauchen wir jetzt mal gucken letzter blick in die höhle und dann schauen wir mal ob man nicht ein butter kriege und wo wir da überhaupt gelandet sind gespeichert haben wir kommen wir da nochmal hoch falls eng wird ja das ist eine lampe eine pilzlampe ah ja also ganz verkehrt war ich nicht so da geht's stein nun und hier ist ein buddha und hier ist ein ausblick ein ausblick fertig punkt so das wird auch nicht da machen wir es ich bin